Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Among Us mit Heckradar, aber diesmal könnt ihr es sehen, Freunde. Ich schwöre es euch. Bitte bleibt dran und guckt euch das Radar an. Ich wollte es nochmal wieder gerade stellen, weil das letzte Mal hat Blaze es geschnitten. Und Blaze, ich weiß, du siehst es, weil du steilst es jetzt gerade wieder. Und er wusste nicht, dass dieses Radar angezeigt wird, Freunde. Jetzt aber wird es angezeigt. Und mit dabei ist der Abby Schwanz. Ich sehe auf meinem Radar, André hat einen kleinen Schwanz. Ja! Oh, das hat gereimt. Digga, das hat sogar gereimt. Warum bist du so? Und dabei ist die Community, Freunde. Wie gesagt, ich bin jetzt auch jeden Tag live auf Twitch. Gerne unten abchecken und folgen. Momentan werden so krass viele Subs verschenkt, ja. Und die Leute, die denn bei Twitch Sub haben, können auch bei Aufnahmen mitmachen. Egal ob YouTube-Member oder Twitch-Member, ihr könnt mitmachen. Ihr kriegt auch einen Rang auf Discord und dann könnt ihr alle in den Among Us Aufnahmen mitmachen. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt mitmachen gesagt habe, aber ihr könnt alle mitmachen. Ich würde sagen, wir starten, Freunde. Und startet aber noch nicht die Runde. Ich will euch das erstmal einmal zeigen. Okay, Freunde. Über mir. Ein Radar. Ihr seht es. Ich sehe es auch auf meiner Aufnahme. Es ist da. Ich schwöre. Und ich würde sagen, wir fangen an, Freunde. Das heißt, wir halten uns jetzt ein bisschen zurück. Mirkan hat das Radar nicht. By the way, damit ihr das Bescheid wisst. Ich bin der Einzige. Und wir sehen jetzt ganz viele Punkte und Leute rumlaufen, ja. Wo bin ich gerade? Welche Farbe bist du? Ich habe es noch nicht gemerkt. Du bist braun. Du bist braun. Du bist gerade Navigation. Läufst nach unten zu Shields. Haka. Egal, Hacker. Ich will nicht mit dir mitspielen. Ciao. Aber Mirkan ist gerade ein bisschen alleine, Freunde, unterwegs. Ich glaube, wir haben sogar zwei Imposter. Und ich hoffe, die Einstellungen funktionieren so. Ich habe meine Endrisse-Standard-Einstellungen gemacht. Und ich kann direkt callen, wenn jemand stirbt, ja. Call immer, wenn jemand stirbt, aber ich sage nicht, wer es war. Gerade mache ich Simon Says. Jetzt wird es ekelhaft, Freunde. Ich muss aufs Radar gucken und Simon Says machen. Okay, ich muss die Leiche finden. Du musst die Leiche finden? Ja, ich glaube, es ist Lil Izzy. Er ist der Grüne. Okay, das sind die schwersten Simon Says-Aufgaben, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Oh, ich habe es geschafft. Okay, ist dabei keiner gestorben, Digga. Ehren, Mann, Ehren-Imposter. Oh, doch, ich habe es gesehen. Jemand ist gestorben in Coms. Jemand ist in Coms gestorben, geht die Leiche reporten. Ich sage nicht, wer, aber ich habe schon die Erste gesehen. Mal gucken, ob es jemand checkt. Ah, Elektrik ist auch jemand gestorben. Digga, okay, ich glaube, ich weiß, wer es war. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Ich habe in Elektrik reportet. Das habe ich aber nicht gesehen. Ich habe nur Coms gesehen. Michelle kam aus der Richtung. Michelle kam aus der Richtung. Michelle Statement? Ja, das will ich jetzt auch mal gerne wissen. Orange und Gelb safe. Okay. Okay, Ice Cream safe wieder Leute. Ice Cream safe wieder Leute, weil Ice Cream selbst der Killer ist, sich Ali beholen möchte. So ein Ding ist das. Was sagt Michelle? Ja, wenn Michelle kein Statement macht, dann fliegt sie raus. Ja, safe. Aber sie schreibt wahrscheinlich, war in Navigation, aber nicht Coms. Mirka. Das Ding ist halt, sie kam halt aus der Richtung. Real talk. Ich habe halt nur gesehen, wie sie oben bei Weapons rauskam. Ja, okay, okay. Visual task an, ich glaube aus, ne? Visual task aus, safe. Vielleicht Hochkeck hat Weapons gefakt. Das Ding ist, ich habe die Farbe gesehen in Coms, die gekillt hat. Ja, aber bei Electrical weiß ich es nicht. Wirklich nicht. Ich will jetzt auch keinen safen oder so. Also ich habe eine Person gesehen. Dementsprechend, ähm, wenn Ice Cream ihm jetzt mit mir vertrauen und sagt, Orange und Gelb ist safe. Sakura und ich bin Samo sind safe. Ich bin jetzt auch sozusagen safe, weil ich habe direkt die Leiche gecallt. Kann natürlich auch ich selbst gewesen sein. Ich vote einfach. Ich habe geskippt. Ich vote einfach, wen ich denke. Ja, du weißt ja wer. Oh. Nein, nein, ich weiß ja nur die andere Person. Ah, okay. Ich habe den Electrical kill reported sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Oh nein, also quasi läuft ein Killer noch rum, wo du es nicht weißt. Es läuft immer noch einer rum, wo ich es nicht weiss. Wenn die Imposter zwei Kids gleichzeitig machen, wird es schwer für mich, weil das Radar ist auch nicht ziemlich groß, Freunde. Nicht ziemlich groß. Es ist nicht groß. Okay. Weird. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, ich war jetzt seit drei Tagen wieder nicht am Aufnehmen, Freunde. Dementsprechend bin ich unnormal lost. Man merkt es halt sofort. Okay. Report. Äh, Report. Ihr seht schon, was ich meine. Okay, André, ich brauche dich. Ja, nee, sind schon zwei Leute da. Ich brauche nicht hingehen. Woher war ich das verpasst? Weil ich einen Heckradar habe. Und diesmal sieht man das auch. Oh yeah. Ganz entspannte Lage hier. Ganz entspannte Lage. Moment, it's easy, Digga. Wieso werde ich verfolgt? Warum werde ich verfolgt? Du wirst von vier Leuten, drei Leuten verfolgt. Nothing special gerade. Läuft, läuft. Ich sag nichts. Okay. Storch wurden Tür zugemacht. Ich hab richtig Angst. Das Ding ist, die Leute hassen auch gerade extrem gut die Aufgaben durch. Wir sind Hälfte schon. Ja, das ist krass. Nach einem Report. Du musst die Aufgaben nach jeder Woche immer ein bisschen erhöhen, weil die Leute halt alles first try ballern direkt. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Egal, ihr macht das schon. Merkant geht gerade hoch zu O2. Ich seh's. Schwarz kommt dir entgegen, Merkant. Hochkeck auch. Ja, Hochkeck schreibt grün. Dann muss es grün sein. Ich hab ja nicht gesagt, Schwarz kommt dir gerade entgegen. Hochkeck auch. Der war auch schwarz, by the way. Ähm, und er stirbt. Die Angeklagten sind Izzy und Hochkeck. Ihr könnt voten. Ihr könnt voten. Das Geile ist, der andere geredet hat, kann ich auch was mit dem Kill zu sagen. Der ist so ein 31er, ekliger. Der wartet, bis jemand O2 kommt und killt dann jemanden. Das heißt, wir haben nur noch eine Poster am Start, Freunde, sozusagen. Weil Hochkeck war ja jetzt obvious, ja. Weil Merkant hat gesagt, Schwarz kommt mir entgegen. Und ich hab gesagt, Schwarz kommt dir entgegen. Und dann war es halt wirklich Hochkeck. So unlucky. Das war echt unlucky. Ja, aber, naja, es war nicht unlucky. Das Ding ist, er hört uns ja. Er hätte in dem Zeitpunkt nicht den Kill machen sollen, Digga. Das war irgendwie blöd. Ja, Raytog. Okay. Aber wir machen unsere Aufgaben weiter. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu offen mit dem, was ich sage. Ja, deswegen wird es schwierig. Okay. In drei Sekunden sage ich euch, wo die Leiche liegt. In drei Sekunden sage ich es euch. Navigation. Ich hab Radar. Du hast Radar. Ich hab Radar. Okay. Navigation liegt eine Leiche. Ich würde sagen, wenn aber keiner irgendwie eine Ahnung hat, dann braucht ihr auch nicht reporten. Wenn ihr eine Ahnung habt, dann könnt ihr gerne reporten und sagen, was ihr denkt. Michelle denkt sich so, ich hab keine Ahnung. Michelle geht hin, wir reporten und denkt sich so, okay, doch nicht. Ich hab keine Ahnung. Oh, warum laufe ich wie so ein Esel durch die Gegend und mach nicht meine Aufgaben? Schade, wenn wir gegen dir verlieren, ne? Ja. Ist halt ehrlich so. Ach, Digga. Ach, Digga. Okay. Wir sind am Start. Schnell. Sakura. Okay. Die Leute haben es geschnallt. Die Lesi war hier ganz schön unter. Warte mal. Weißt du beide Mörder? Also einer ist ja raus. Ja. Weißt du den anderen Mörder? Jaja, ich weiß den anderen. Okay. I know that. Du kannst dich natürlich auch im Discord muten und dann offen reden, weil ich weiß es ja. Das Ding ist, Sakura kann es nicht sein, weil du warst eben gerade einfach neben Sakura. Das Ding ist, du würdest niemals neben der Impostor-Person einfach so chillen. Weißt du, was ich meine? Du bist jetzt im Discord gemutet oder nicht? Ja, ja, ja. Ja, okay. Weil wenn die anderen Leute das checken, dann können die eigentlich so ausschließen, wer es ist. Vom Ding her schon, ja. Es ist nicht wirklich schwer. Aber ich glaub nicht, dass die schlau sind. Warte, ich müd mich auch mal im Discord. Das Ding ist, Milkan, ich hab ja vorhin gesagt, dass ich die andere gesehen hab, wer der Killer war. Oh, rip. Oh, shit. Ich war, oh mein Gott, dann weiß ich's. Okay. Ist jemand gestorben? Nee, ne? Hä? Nee, seitdem nicht mehr, glaub ich, oder? Ah, jemand hat jetzt in Navigation die Leiche reportet, oder was? Hä? Wie sinnlos, Digga. Das war die von vorhin. Wer hat das jetzt vergessen und reported? Ah, Digga, ist hier richtig lost. Okay. Ja, hat jemand ne Ahnung? Schmeißt jemand mal irgendwie einen Namen rein, wo er denkt, wer es ist? Ich glaub, es ist Hochkeck. Keiner weiß was. Okay, dann skippen wir, Freunde. Okay, Orange schreibt Michel. Ich enthalte mich. Ich werde einfach skippen die Runde jetzt lang. Und dann werden wir natürlich sehen, wer es ist. Oha, ich bin Samu sehr confident hier unterwegs. Ballert direkt Dings raus. Den Vote juckt ihn nicht, sagt er. Bin ich der Letzte mit der Aufgabe? Das heißt, der Imposter hat doch eh verloren. Ich glaube, der Imposter hat eh verloren. Weil er in der Zeit nicht alle kämen kann, glaub ich. Ja. Obwohl er tritt's. Ich glaub, das war's. Ah, ich hab noch eine Aufgabe. Okay, es liegt jetzt alles an mir, Freunde. Es liegt jetzt alles an mir. Okay, ich glaub, wir werden... So wie ich das sehe, werden wir gleich an der Aufgabe verlieren. Okay, Task complete. Wir müssen hin. Was mach ich? Warum lauf ich hier in Mad Bay rein? Bleh. Es war echt Michel, so wie ich es am Anfang gesagt hatte. Es ist so sad, ne? Sie hat gerade 500 IQ gemacht. Sie ist unten an Reaktor rangegangen, aber hat die Aufgabe nicht gemacht. Dann ist Gelb wieder hochgelaufen. Dann ist Gelb wieder hochgelaufen. Digga, das war übel klug. Ich wollte der Escape warnen, aber das wäre übel unfair gewesen. Weil dann wüssten wir ja, wer es ist, Freunde, sozusagen. Diesmal habt ihr das Radar gesehen, Freunde. Ihr seht, es ist eigentlich OP. Im Endeffekt konnte ich beide Impostor so nach 2, 3 Kills packen. Deswegen habe ich mich ein bisschen rausgehalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen und auf Twitch folgen, Freunde. Ich mach da momentan, ich weiß nicht was, weil das Video kommt wieder eine Woche später. Vielleicht spiel ich da gar keinen Rust mehr. Wir spielen da Mario Kart, wir spielen Rust, wir spielen Among Us Live-Aufnahmen. Wir machen all so ein Shit. Also kommt gerne vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao! Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen.